Ach, heiße, Ege! Vielen Dank. Sein Hundertstes Zweitliga-Tor wollte nicht so recht fallen. Aber am 15. März um 18.37 Uhr sitzt der Einbahnspiel unserer Jungs in der Altenforsterei in Berlin und trat zum 100. Mal stellvertretend für uns alle gratuliert, St. Pauluspräsident Stephan Ort jetzt unserer Nummer 9, das ist Markus. Markus! Markus! Markus!